Hallo Freunde des American Football, da bin ich wieder, euer Nation Zero, ich hab's euch ja versprochen, Madden 15 und da ist es auch schon. Ja, ich hab lange überlegt, lange mit mir selbst gehadert, mach ich's, mach ich's nicht. Ich muss zugeben, aufgrund der Ahnung, die ich von dem Sport habe, was nicht besonders viel ist, ist es sehr schwierig für mich, aber nichtsdestotrotz versuche ich's trotzdem, versuche ich's als Spieler, werd mir hier einen Spieler kreieren, einen Advanced Quarterback, im... Wir haben jetzt also drei Möglichkeiten, einer Backstory, also einer Hintergrundgeschichte, einmal den Early-Draft-Pick, Good Initial Ratings, den Late-Round-Pick, und Und-Drafted. Ich würde mal sagen, ich entscheide mich hier für die Goldene Mitte, den Late-Round-Pick. Und, äh, ich denke, wir gehen zu den... Ja, das ist... Ich hab mir überlegt, zu den Broncos zu gehen, aber ich denke, das... Hat nicht so den Sinn, aus dem Grund halt, weil wir hier Peyton Manning haben, äh... Bangles, hm, Beers, Mid-Cuttler, Minnesota Vikings, Tennessee Titans, wäre ich sogar als Erster. Äh, ach ja, ist das schwierig. Die Pittsburgh Steelers, die Seattle Seahawks, na, da hätte ich auch keine Chance, dank Holzen. Äh, Saints hätte ich ebenfalls keine Chance, Breeze, einer der Besten der Liga. Ich glaube, Wendy ist sogar der Beste, ne, ich glaube, da war noch ein anderer. Der hatte, glaube ich, 98er Stärke. Flacco, Barney, Baltimore Ravens, St. Louis Rams, Oakland Riders, da wäre ich auch Erster. Äh, Brady, die New England Patriots. Mh, es ist schwierig, die Carolina Panthers, die Green Bay Packers, da ist er, ne, Rogers, 97er Stärke, hier wäre ich sogar nur Dritter. Quarterback, das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Also im Zweiten möchte ich schon die New York Jets. Jacksonville Jaguars, Platz 1, New York Giants. Zweiter Quarterback hinter Eli Manning, den Bruder von Peyton Manning. Die San Francisco 49ers, hinter Kepernick, 93er Stärke, bis ich den hätte, ich weiß nicht. Die Atlanta Falcons, Philadelphia Eagles, West Coast Miami Dolphins. Gesamtstärke von 83, das Team. Dallas Cowboys, Balanced Offense, Colts, Kansas City Chiefs. Ah, die San Diego Charts, es ist schwierig. Ich habe mir darüber natürlich Gedanken gemacht, aber auch dort bin ich schon zu keinem Ergebnis gekommen. Und ich dachte vielleicht, ja jetzt. Aber wisst ihr was, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne die Mannschaft nicht wirklich. Aber ich probiere es bei den Miami Dolphins. Oder versuche ich es nicht bei den Miami Dolphins? Ah. Es ist schwierig. Die Philadelphia Eagles, nein. Atlanta Falcons. Ich gehe jetzt einfach mal, Leute, ich gehe jetzt einfach mal echt nach den Trikots. Die muss ich sagen, sind schon sehr geil. Kepernick, da hätte ich keine Chance. New York Giants. New York Jets. Detroit, Green Bay, Pacers. Puh, Newton. Hm, 95er Stärke. Auch hier hatte ich keine Chance. Brady. Die Oakland Riders. Ich glaube, eine der wohl bekanntesten Mannschaften in der NFL. Puh, St. Louis Rams, Baltimore Ravens. Washington Redskins. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, Freunde. Was ist da los? Pittsburgh Steelers. In NHL wäre Pittsburgh ja einer meiner Lieblingsmannschaften, aber... Hier in der NFL. Hm. Ich weiß nicht. Houston Texans. Wisst ihr was, Leute? Ich habe mich entschieden. Wir gehen. Wovor ich jetzt zu Ende spreche, überlege ich nochmal ganz kurz. jas... Hm. Ja Leute, wir gehen zu den Denver Broncos. Ich habe mich entschieden. Ich muss ja hier auf lange Sicht denken. Wir erstellen uns hier einen, oh Gott, wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn Jeremy Jones. Fragt mich nicht, wie ich darauf komme. Ich habe mal eine kleine Kurzgeschichte geschrieben. Mit den Namen. Und ich denke für einen amerikanischen Sportler ist das gar nicht mal so unpassend. So, Position, Quarterback, Jersey, die 19, die, was hat er denn noch, die 3, 6, 7. Wir geben ihm die 7, oder? Ah, die 19, wir geben ihm die 19. Er ist Linkshänder. Äh. Kommt allerdings aus dem Boston. Aus Boston University. Fragt mich nicht, warum. Ich mag Boston irgendwie. Aha. Ich finde das doof, dass wir hier keine Liste gemacht haben. Aber gut. Damit müssen wir uns jetzt abfinden. Rrrr, schsch. Rrrr, schsch. So, da ist es. Das Boston College. Und, äh. Wir werden mal ein Skin Tone weniger nehmen. Geben ihn Head Nummer 7. Oder? Das ist schwierig, 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 schwierig. Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, von den... Das ist gut. Von den, äh... Welcher Kopf ist das jetzt? 24? Von den Erstellmöglichkeiten hier in Madden 15 bin ich, ehrlich gesagt, alles andere als begeistert. Finde ich ein bisschen traurig. Da erwarte ich dann von NHL wesentlich mehr. So, jetzt geht's hier ums Vision, Facemarks. Neck Pit 9, Sleeves Standard, Black Parade, yes, yes. Undershirt und Team Color. Ich denke, man kann auch Schwarz tragen, das passt eigentlich immer. Left Elbow, Right Elbow. Möchte ich eigentlich nichts haben. Hand Warmer, No. Kneepads, Nike. Das wollen wir nicht. Sucks. Schön hoch. Sieht super aus, macht nichts. Äh. Drew Brees, Jason, Matt Castle, Cutler, Slinger, Ironies, John Elway, Ryan Fitzpatrick, Joe Fleckle. Wir gehen nach unserem großen Vorbild hier, Manning, zur Sache. So. Und das war's. Wir machen hier, wo ist es denn, vier Minuten. Machen wir. Gamespeed Normal. Und ich denke, das dürfte es dann auch schon gewesen sein. Jo. Ich denke, das ist in Ordnung. Dann starten wir mal unsere Karriere. Alt-Streaming Jones, Balanced, Quarterback der Denver Broncos. Und. Ja, wir starten mal unsere Offline-Season hier. Und wir gehen hier zu den Actions. Da können wir noch ein bisschen trainieren. In den Game Preparations. Und wir wollen erst einmal Experience. 14 Stunden dauert das Ganze. 72er Stärke haben wir schon. 480 haben wir bekommen. Das ist nicht so dolle. Machen das Ganze nochmal. Ähm, jetzt nochmal. 550 bekommen. Das heißt, wir haben schon mal 1030 Experience. Das ist schon mal nicht schlecht. Damit werden wir allerdings noch nicht viel machen können. Und ich würde sagen, wir gehen hier ins erste Vorbereitungsspiel. Gegen die Seahawks. Nachdem wir jetzt lange Zeit hier mit den ganzen verbracht haben. Mit den Erstellen und dem Runge-Rede hier. Will ich euch da wenigstens nochmal ein paar Spielzüge zeigen. Hier sehen wir Breeze von den Saints. Ja, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Also ich bin ein absoluter Neuling. Was das Sachen, oder was die Sache American Football angeht. Werd wahrscheinlich das eine oder andere mal hier total auf dem Schlauch stehen. Von daher sind mir eure, ja, eure Erfahrungen, eure Tipps. Herzlich willkommen. Schreibt sie mir einfach in die Kommentare. Und, äh, ja. Ansonsten fummeln wir uns hier einfach mal so ein bisschen durch. Mal sehen, ob es klappt. Trotz der wenigen Erfahrungen. Und jetzt erstmal geht es los. Hallo, everyone. I'm Larry Ridley. And this is the NFL on EA Sports. Two Quarterbacks, who met up at Super Bowl 48, will have another chance to lead their teams to victory. It's Peyton Manning going up against Russell Wilson. Now we'll go down to Sports Authority Field at Maul High for this matchup. Seahawks Broncos coming up on EA Sports as we get set for the opening week of preseason football in the NFL. So, und damit geht es ins erste von insgesamt vier Preseason-Spielen, so wie es halt in der NHL auch der Fall ist, allerdings ein paar Spiele weniger. Ja, und ich bin gespannt, inwiefern wir uns hier ins Team integrieren können. In unserer ersten Season. Äh, wie gut wir da sind. Und wir simulieren ganz einfach mal bis zu unserem ersten Spielzug. Das könnte dauern. Aber wie es scheint, ist es schon. Im ersten Drittel so. Wir halten den Ball sogar. Und der Kick, das Field Go ist gut. Das bedeutet, wir kriegen drei Punkte auf unser Konto gut geschrieben. Krata, mitten im schönen Kick, schön sauber geschossen. Ja, und wir simulieren zu unserem nächsten Spielzug. Ähm, und wir machen eine Curl-Kombo, würde ich sagen. Werfen also den Ball, wenn möglich, zu Cartwheel. Und der Ball kommt an, sehr schön. Zehn Yards geworfen. Und damit den ersten First Down erreicht. Ähm, so, was machen wir jetzt inside so ein Curl-Flat. Wir machen es nochmal, Curl-Flat. Und dieses Mal ist Kreis, sprich, Latte mal unser Ziel. Mal sehen, ob es wieder so erfolgreich wird. Wir werfen. Und der Ball, uh. Ja, das hat nicht geklappt. Da haben wir zu spät geworfen, würde ich sagen. Und deswegen Lane beinahe hier mit der Interception. Das sollte nicht nochmal passieren. So, und wieder Cartwheel. Ah, und Cartwheel, was macht der Junge? Was macht der Junge? Schafft es nicht, den Ball zu fangen? Man-to-man-coverage. You against him. On the way, third down. So, und Latte mal wieder unser Ziel. The defense comes out of the dime. Takes it from the gun. Und was wurde... Ah, können wir vergessen. Ich glaube, so eine Pässe sind einfach noch zu kompliziert für uns. Wieder beinahe eine Interception eingefangen. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Aber da wir mit 3 zu 0 führen, würde ich mal sagen, gehen wir hier auf einen Quick Pass. Und versuchen nochmal unser Glück. Mit Latte mal. Und Latte mal fängt den Ball und kommt ja rüber über die Linie, kommt ja rüber. Pick up the first down and they'll give the ball back to the middle side. Oder? Ne. Wir haben es nicht geschafft, schade. Da kann ich viel gefehlt haben. So, und es steht 3-3. Versuchen es hier mit dem Middleslands, wieder mit einem Kurzpassspiel. Off-Court. Und der Pass ist komplett. Cardwell fängt ihn. Und sichert uns hier den nächsten First Down. Sehr schön. Schön getimeter Pass. Schön gefangen auch von Cardwell. Wirklich gut gemacht. So muss es sein. So. Slow swing. Okay. Ne. Wir hören jetzt auf den Coach. Und damit sind wir bei der 2-Minutes Warning. Das heißt, wir sind 2 Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte. So, und wir versuchen es nochmal mit Cardwell. Er fängt den Ball. Ich versuche immer, ich bin immer kurz davor, Puck zu sagen. Nein, er fängt den Ball. Smith freut sich aber, zwar, aber wir sind beim zweiten und fünf. Das bedeutet, wir brauchen fünf Yards bis zum nächsten First Down. Und das ist doch definitiv machbar. Versuchen es hier nochmal mit einer Deep Attack. Bin mal gespannt. Wäre natürlich schön, wenn wir in unserer Mannschaft hier zu nennen. Warum fängt er den Ball nicht? Der Ball war ja jetzt wirklich nicht kompliziert. Ja, da wären wir beinahe gesackt worden. Aber konnten es ganz verdammt nochmal verhindern. Und jetzt versuchen wir es mit einem Run. Und, ah, verdammt. Ihr habt es gehört, die Seahawks nehmen hier einen Timeout. Damit die Zeit nicht weiterläuft. Und wir könnten es jetzt natürlich entweder mit einem Field Goal versuchen oder wir gehen hier auf Risiko. Gehen hier auf Risiko. Play-Type, Screen-Pass, Standard-Pass, Shoot-Gun-Pass. Und versuchen es hier nochmal mit einem Curve-Lats. Wir sind nun ganze drei Yards entfernt vom Ziel. Und ich denke, das ist machbar. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Der nächste First Down hier. Wir sind damit bei der 43-Yard-Linie angelangt. Wäre jetzt also auch möglich mit einem, ja, Field Goal zu punkten. Versuchen jetzt nochmal mit einem Quicksland. Ihr seht die Laufwege, die ich übrigens mit R2 anzeige. So, und der Pass, sehr schön. Der Pass hat gesessen. 25 Yards noch von der Endzone entfernt. Vor unserem ersten Karriere-Touchdown. Den wir vorbereitet hätten. Das wäre natürlich saugeil. Und wir versuchen jetzt einen Ace-Tight-End-Drag. Ich habe den Spielzug noch nie gemacht, aber probieren wir ihn doch einfach mal aus. Und er sitzt, er sitzt und, ah, kurz vor der, genau, kurz vor der Marke zum nächsten First Down hier. Zwei Yards entfernt. Und versucht uns jetzt mit einem Strong-Flut. Der Spieler rennt nach vorne, macht seine Rechtskurve. So, dann schauen wir mal. Und der Ball, er sitzt, er sitzt und... Touchdown! Touchdown! Wir haben unseren ersten Touchdown, Freunde! Wuhu! Schöner Pass hier von uns. So langsam, muss doch was. Court will. Ich hatte schon Angst, dass er den Ball nicht fängt, aber er schafft es und schafft es dann auch noch. Also, so, in die Endzone. Ja, so. Dritte Drittel. Zwei Minuten, 17.40. Da... ...werden wir das nächste Mal eingesetzt. Und wir versuchen es wieder mit einem Curls-Lad auf Latimer. Und er hat den Ball gefangen, sehr schön. Auch unsere Pass-Statistik lässt sich sehen. 9 von 13 Würfen angekommen. Knapp 93 Yards. Ich denke, das geht vollends in Ordnung. Wir fassen es uns wieder mit einem Strong-Flut. Was beim letzten Mal so schön funktioniert hat. Auf Cardwell. Ich wusste, dass er den Ball nicht kriegen würde, aber... ...die Defense... ...abfassbar uns und hat die Spieler durchkommen lassen. Und deswegen habe ich vorsichtshalbe geworfen. Nicht, dass wir gesackt werden. Und damit ein... ...ja... ...Raumverlust... ...zu verantworten haben. Das wollen wir auch nicht. So, schön. Jetzt schön gewartet und da haben wir ihn. Latimer, Latimer. Kommt weit. 27 Yards... ...Linie hier. Sehr schön. 136 Yards haben wir inzwischen schon geworfen. 10 von 15 Versuchen. Das sind 66,6 Prozent, würde ich mal behaupten. Und ich denke, für unser erstes Spiel ist das durchaus eine akzeptable Statistik. Also da habe ich mit Mannings oftmals Schlimmeres gehabt. So, gleiche... ...gleiche Taktik hier nochmal. Ah, er hat es diesmal nicht ganz geschafft. Hat aber immerhin 5 Yards gelaufen. Damit sind wir beim Second and Five, also beim Zweiten und Fünf. Und ich denke, hier ist alles möglich. Das sieht auch sehr, sehr gut aus für den ersten Sieg der Denver Broncos in der Preseason. Wir versuchen es hier mit einem Play-Action-Pass, mit dem Misdirection. Mal sehen. Und er hat den Ball gefangen. Sehr schön war das knapp. Beinahe hätte er uns gehabt. In der letzten Sekunde habe ich es noch geschafft, den Ball zu werfen. Guckt euch das an. Und dann... ...macht Ham es genau richtig und fängt den Ball. Und dann versuchen wir es mit einem PA-Mittel. Und vielleicht schaffen wir es ja hiermit auch schon den zweiten Touchdown einzuleuten. Wir werden sehen. Könnte natürlich genauso gut ein Interception werden. Oh, und das war nicht gut. Das war nicht gut. 12 von 18. Ah, das ist... Das sieht nicht gut aus. Wir brauchen vielleicht einen... ...Middle Slang, Slow Slang, Bobble Screen. Ah, was können wir machen? Slang, 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 Slang. Gut, dann machen wir es so. Da suchen wir es so nochmal. Mint Cartwell... ...hat uns schon das letzte Mal nicht enttäuscht. Und da ist er, da ist er. Und er hat den zweiten Touchdown für uns. Wuhu. Geil. Die Nummer 12, Cartwell. Zweiter Touchdown, natürlich auch zu unseren Gunsten. Und bringt ihn in die Endzone. Oh, inzwischen steht er 17 zu 3 im letzten Viertel. Drei Minuten 45 nachzuspielen. Versuchen es hier mit einem Slance. Inzwischen anscheinend meine Lieblingstaktik. Taktik, ja genau, meine Lieblingstaktik. Sie klappt aber auch ständig. Schöner Pass hier auf Cartwell. Wieder einmal. 14 von 20 Pässen. Inzwischen gelandet. Also es läuft wirklich gut für uns. Und dann schauen wir mal, wie wir den Ball jetzt... Ups, jetzt habe ich mich verdrückt auszusehen. Wie wir den Ball in die Endzone bringen. Und Tam hat ihn gefangen. Allerdings nur 4 Jahre Traumgewinn. 185 Erzern wir inzwischen geworfen. Das ist, glaube ich, mal ganz ordentlich. Deswegen bekommen wir anscheinend auch so viel Spielzeit. So. Shotgun Pass hier mit dem... Was machen wir denn? Mit dem Curl Flat. Diesmal allerdings für die linke Seite. Sprich für Lettema. Offense lines up here. Und der fängt ihn. Touchdown Nummer 3 hier. Woo! Diesmal Lettema. Und ich würde sagen, eindeutiger kann das Ergebnis kaum sein hier. Und ich habe das letzte NHL... NHL sage ich schon. Das letzte Madden, das ich gespielt habe, war 2011. Und von daher kann ich jetzt zu Madden 25 nichts sagen. Hier zu diesem... Ja, Sonder-Editions-Ding. Aber, also die Grafik, muss ich ganz ehrlich sagen, die sieht schon verdammt geil aus. Da bin ich wirklich positiv beeindruckt. Ah, und der nächste First Down hier. Vielleicht schaffen wir sogar nochmal einen. 24 zu 3 für die Denver Broncos im heimischen Stadion. Und einen schaffen wir doch bestimmt noch. Einen Touchdown. Ich würde sagen, schauen wir mal, was der Trainer uns da sagt, der will. Na, das ist... Ich möchte gerne passen. Kann ich auch irgendwo passen? Ja, dann versuchen wir es halt mit dem üblichen, mit dem Slance hier auf Kartville. Hat bis jetzt so oft funktioniert. Warum nicht wieder? Warum ändern, was funktioniert? Oh, und da bekommen wir unseren ersten Sack ab, hier von der Nummer 55. Da habe ich gerade überhaupt nicht mehr aufgepasst. Dann war er auf einmal durch. Und reißen zu Boden. Verdammter Scheiß. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. So. Play-Type. Nee, das bringt, glaube ich, nicht ins Side-Pitch. Nee, runnen wollen wir eigentlich nicht. Standardpass. Minden im Flanker-Dick. Das klingt doch lustig. Und wieder ist die Einspielstation. Kartville. 16 Yards. Oh, und der Pass war inkomplete. Den haben wir schlecht geworfen. Da haben wir nicht lange genug gewartet. Ich hatte Angst, wieder getackt zu werden. Sprich, getackt, während ich den Ball noch in den Händen halte. Und ja. Versuchen wir's. Und ich denke, bei diesem Spielstand können wir uns durchaus mal was wagen. Deswegen lassen wir das Field-Goal-Field-Goal sein und versuchen es hier mit einem Hail Mary. Äh, mit einem Hail Mary, äh, tötötötötö. Ja, versuchen wir's mit dem hier. Und kommt der Ball an? Kommt er nicht an? Kommt er an? Ah, er hat ihn wieder verloren. Er hat ihn schon in der Hand gehabt. So ärgerlich. Verdammt. Aber gut, es sind noch 12 Sekunden zu spielen. Wir führen, wie gesagt, 24 zu 3. Von daher ist der Sieg nicht mehr zu nehmen. Und dann kann man auch mal was riskieren. Denke ich, mal ein bisschen was ausprobieren. Wofür man sonst vielleicht nicht die Gelegenheit hat. Habt's gesehen. Leider dieses Mal kein Erfolg gehabt. Aber was soll's. So, wir simulieren. Und damit dürfte das Spiel zu Ende sein. Genau. Ja, Freunde. Das war's vom ersten Spieltag. Hier, das Pre-Season-Spiel. Die Denver Broncos gegen die Atlanta Seahawks. Wir haben sie, ja, über weite Strecken dominiert. Das ist ja auch das hohe Ergebnis. Mit unserem Spieler bin ich sehr, sehr zufrieden. Schöne Pässe gemacht. Äh, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich sage, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Nation Zero. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.